Kommst du da raus? Nö, scheinbar nicht. Du passt da nicht mal gescheit rein. Also eine große Wahl als ihn raus zu vergiften, habe ich wohl scheinbar nicht. So. 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 Im Spiel ist das ja sowas von egal. Verstecktes Nekromanten ist hier. So, ein paar Feen weghauen. So, damit ist auch die weg. Ihr habt nichts Neues für uns. Oh, Schütz hat auch nichts Neues für uns. Also hier drüben, hier in dem Gebiet haben wir alles. Hier haben wir alles bis auf die zwei Sachen hier oben. Also, wenn wir hier den Querschnitt nehmen, alles was nördlich von dieser tollen Stadt ist. Nur hier unten ist noch alles offen. Gut. Was braucht ihr? Der Naturring. Mhm. Was? 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 So, ganz ehrlich, das Gift, die Verschwemmschriftrolle können wir hier mal verkaufen. So, jetzt wandern wir zu unserer Orkstadt zurück, geben dort die Quest ab, führen unsere Truppen auf, machen einen neuen Quicksave, am besten zwei. Sicher ist sicher und dann bauen wir den Turm. So, jetzt sind wir hier, um, hier, um, hier, um, hier, um, hier. Und ja, genau, hier oben haben wir die beiden Sachen noch, das Bekanntenlager und das Versteck des Nekromanten. Dann haben wir wirklich nur noch in diesem Gebiet hier feindliche Städte. Und spotten. So, jetzt geht's. Tch 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 tch. Gegengift zu dir Steine mal zu dir Und ja, was sollen wir mit so viel Gegengiften? Die können wir auch verkaufen, theoretisch So, wir haben tatsächlich jetzt alle Quests, die man machen kann Oh, Titanschwert Das wäre nicht schlecht für dich So Oh, und die Tampanzer Ist sogar noch besser So, die Truppen noch auffüllen Ist die Frage, wie viel Nahrung braucht ihr? 600 Das heißt, wir können noch mal So Jetzt habt ihr immer noch 600 Ja Das ist die Nahrung, die ihr zum Upgrade in der Stadt braucht Städte brauchen ja in diesem Teil So, ihr bewegt euch mal in Position Wir machen einen Quick Save Am besten einen zweiten noch dazu So Jetzt bezahlen wir Leute My influence over these lands Will double Those evil humans My Dahlia didn't want to get involved in the war And look what they've done to her They're going to hold her for ransom How could humans stoop so low? Let's go Let's go to her rescue We have a few days before the battle The birds told me where the humans are keeping her It's my duty to help two lovers Even if they are elves Lead the way Ja Bewegen die sich? Sag mal, wo kommen die immer noch her? Hier lebt doch nichts mehr We are under attack My troops are under attack Oh, die bewegen sich tatsächlich Now what? Are we going to fight or what? Yoho At last Gehen und vorwärts Are we going to fight or what? Are we going to fight or what? Are we going to raid this village? Are we going to fight or what? Yoho We'll share the trophies Und da sind ihren Führer auf jeden Fall Okay, wir haben sie alle hier festgesetzt We are under attack Are we going to raid this village? So I I I I I